Muslime haben Regeln und Pflichten. Sie müssen zum Beispiel fünfmal am Tag beten. Oder Juden, die dürfen kein Schweinefleisch essen oder dürfen am Sabbat nicht arbeiten. Oder die Hindus, die, die dürfen kein Alkohol trinken und haben sonstige Regeln. Und es gibt sicherlich noch weitere Beispiele. Aber wie sieht es eigentlich aus bei den Christen? Da wir nicht mehr unter dem Gesetz von Moses sind, haben wir dann noch Regeln, Pflichten, woran wir uns halten müssen? Gibt es etwas, was wir dürfen und was wir nicht dürfen? Was geht? Cory hier und willkommen! Zurück auf meinem Channel. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe einen Kommentar bekommen. Und zwar war die Frage, kannst du mal bitte ein Video machen, was wir dürfen und nicht dürfen? Die Frage kommt oft auf, wenn man neu im Glauben ist. Darf man Alkohol trinken? Darf man in die Disco gehen? Darf man Filme gucken? Darf man Kampfsport machen? Darf man Allah sagen? Diese Fragen habe ich alle so schon mal auf TikTok gesehen. Ich möchte heute die Frage beantworten, ob wir Christen irgendwelche Regeln, Pflichten oder irgendwelche Gebote haben, die wir halten müssen? Oder dürfen wir tun und lassen, was wir wollen? Wenn ihr neu auf diesem Channel seid, vergesst doch nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Das hilft mir, Gottes Wort weiterzugeben. Und falls ihr das letzte Video angeschaut habt, merkt ihr auch, dass es mich motiviert, einfach weiter Videos zu machen. Aber ja, kommen wir zurück zum Thema. Diese Frage kommt natürlich oft. Alle Religionen haben irgendwelche Regeln und Pflichten. Und Christentum ist ja eine Religion. Ich möchte Christ sein, also wo sind meine Regeln? Es ist vielleicht so im Islam oder im Judentum, dass man sich den Himmel erarbeiten muss. Aber ich glaube daran, dass Gott alles schon getan hat, damit du, ich und jeder andere in den Himmel kommen können. Denn Johannes 3,16 sagt, Ich habe auch schon mal ein Video darüber gemacht, wie komme ich in den Himmel. Und das Video findet ihr unten in der Beschreibung. Die einzige Pflicht, die wir also haben als Christen, ist es, an Jesus zu glauben. Das ist alles. Heißt das jetzt, ich darf tun und lassen, was ich will, nur weil ich daran glaube, dass Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist? Das Ding ist, dass das Wort Glaube viel mehr ist, als nur das Glauben, dass Jesus gestorben ist. Jesus sagt in Johannes 3,3 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht vom Neuen geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Also Corey, müssen wir jetzt doch was tun und du hast es einfach nur schön verpackt. Nein, ich möchte, dass ihr ein komplett anderes Mindset habt. Es geht nicht mehr darum, was darf ich, was darf ich nicht. Denn es ging nie darum, stur Regeln zu befolgen, wie die Juden damals dachten. Gott ist gut und er macht es so eindeutig für uns, was sein Ziel ist. Wir können im Alten Testament wirklich erkennen, wie Gott ist und was sein Plan ist. Die Juden haben von Gott ein Gesetz bekommen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Das, was viele da draußen auch wollen. Einfach nur ein schwarz auf weiß, hey, das und das und das und das und das und das tust du und das und das und das und das tust du halt nicht. Aber wir haben ja ganz klar gesehen, dass es unmöglich ist, dieses Gesetz zu halten aus eigener Kraft. Und wofür war das Gesetz auch noch? Paulus sagt uns in Galater 3,24 So ist also das Gesetz unser, also von den Juden, Lehrmeister oder Erzieher geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Dass wir Christen nicht mehr unter dem Gesetz sind, habe ich auch schon mal in einem Video erklärt. Das findet ihr auch unten in der Beschreibung. Die Juden wurden also erzogen, wie Kinder erzogen werden. Kinder bekommen Regeln, weil sie noch selber nicht beurteilen können, was gut und was schlecht ist oder was ihnen schadet. In ihren Ohren hören sie nur, tu das, tu das nicht, tu das, tu das nicht. Aber eigentlich geht es doch darum, sie zu schützen. Und dass es niemals darum ging, stumm diese Gesetze zu halten, hat Jesus uns ja auch gezeigt, als er zum Beispiel am Sabbat etwas getan hat, also gearbeitet hat. Er hat doch gezeigt, dass es nicht darum geht, ha, du darfst einfach nichts mehr machen an diesem Tag und du musst da einfach auf deiner Couch sitzen und nichts tun. Nee, es ging darum, dass du auch einen Ruhetag hast. Aber du kannst immer noch was Gutes tun. Also wenn du jemanden einen Kuchen backen möchtest, klar musst du da arbeiten, in der Küche etwas machen und sonst was. Aber das ist nicht, warum am Sabbat nicht gearbeitet werden durfte. Eigentlich hieß es ja auch einfach nur, der Sabbat muss geheiligt werden. Also ihr könnt trotzdem etwas Gutes tun an diesem Tag, auch wenn es eigentlich Arbeit ist. Aber die Juden haben es ja eh verändert. Das, was eigentlich gekommen ist, Sabbat verheiligen, wurde dann zu einem Punkt, wo sie gesagt haben, ja, aber wir dürfen auch nicht mehr als tausend Schritte gehen, weil das ist ja schon anstrengend. Oder ich bin mir nicht sicher, was deren Begründung war. Aber sie hatten ja eh das Volk Israel. Ihnen ging es eher darum, einfach nur Regeln zu haben für jede Kleinigkeit. Aber Jesus hat ja ganz klar gezeigt, nein, hinter diesen Regeln gab es Prinzipien. Gott hat uns Prinzipien gegeben. Ein Verständnis von Gut und Bösen. Jesus erklärt uns in Matthäus 5,22. Du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Das ist die Regel. Ich aber sage, schon der, der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Also strikte Regeln zu befolgen, bringt überhaupt nichts. Es ging Gott immer darum, dass wir verstehen und anwenden. Weil eigentlich sind wir alle verurteilt. Wie Jesus sagt, jeder von uns war schon mal zornig auf jemanden. Das heißt, wir haben das Gesetz ja schon gebrochen. Aber weil Jesus das Gesetz komplett gehalten hat, für uns gestorben ist und wir ihn angenommen haben, erfüllen wir automatisch das komplette Gesetz und sind komplett heilig. Das heißt, uns wurde schon alles vergeben. Und wird auch alles vergeben. Und Paulus sagt es so im 1. Korinther 10, Vers 23. Es ist mir alles erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Oder in meinen Worten, du kannst alles tun, was du willst, rein theoretisch, aber nicht alles ist gut für dich. Wir verstehen also jetzt, was gut und was schlecht ist. Was für Gott ist und was gegen Gott ist. Kleine Wasserpause. Vergesst nicht zu trinken. Und jetzt kommt der Punkt. Wenn du wirklich glaubst, dann willst du von ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und alles, was du bist, das tun, was gut ist. Dein ganzes Leben ist darauf ausgerichtet, Gott nachzufolgen, Gott zu dienen und seinen Willen zu tun, wenn du wirklich glaubst. Denn Johannes 14, 15 sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Und von welchen Geboten spricht es hier? Manche sagen, ja, vom Gesetz, das Mose bekommen hat. Nee, die Gebote, die Jesus uns gegeben hat, als er gekommen ist. Also die, die noch viel strengeren Regeln als nur das Gesetz von Mose. Also die Prinzipien, das Verständnis von den Gesetzen, die wir aber, wenn wir mal eins nicht halten oder wenn wir mal zu kurz kommen, trotzdem vergeben bekommen und praktisch immer noch gehalten haben, weil wir Jesus ja angenommen haben. Also müssen wir uns auch keine Angst machen, ich war jetzt mal zornig. Aber wir bereuen es ja. Wir wissen ja, dass es falsch ist. Und das ist ja vergeben. Ich habe auch ein Video darüber gemacht, was wir tun müssen, tun müssen, um in den Himmel zu kommen. Das steht auch unten in der Beschreibung. Aber hier sind ein paar Bibelferse, die nochmal zeigen, was Jesus uns geboten hat. Ihr müsst dann ein Screenshot machen. Ich lese jetzt nicht alle vor. Und diese Gebote, die so schwer zu halten sind, die eigentlich unmöglich zu halten sind, die halten wir durch den Heiligen Geist, der uns hilft dabei, Tag für Tag dafür zu kämpfen, Gottes Gebote zu halten. Mir hat mal jemand in den Kommentaren geschrieben, nee, 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 du bildest dir das nur ein, das machst du alles aus dir selbst heraus. Da habe ich gesagt, nein, ich weiß doch, dass ich an einem gewissen Punkt einfach aufhöre, etwas Gutes zu tun. Klar, ich kann aus eigener Kraft motiviert am Anfang sein, hey, ich mache das, ich mache dies, ich mache das, ich mache das Gutes. Aber irgendwann falle ich zu kurz. Und ab dem Punkt tritt Gott ein. Ich hoffe, du hast mittlerweile verstanden, dass es nicht darum geht, was ich darf und was ich nicht darf. Ich, der ich Jesus nachfolge, strebe danach, Gottes Gebote zu tun. Weil ich ihn liebe, möchte ich doch das tun, was ihm gefällt. Ich verstehe jetzt, was gut und was schlecht ist. Ich springe zum Beispiel nicht von dem Berg, auch wenn es nicht verboten ist, aber weil ich weiß, es ist nicht gut. Okay, das ist vielleicht ein extremes Beispiel. Aber zum Beispiel, ich versuche mich gesund zu ernähren und Sport zu machen, weil ich ja weiß, dass es gut für mich ist. Also macht es ja keinen Sinn, tagtäglich Fastfood zu essen. Auch wenn es mir rein theoretisch erlaubt wäre. Genauso ist es bei Gott. Ich erzähle den Menschen von Jesus. Nicht, weil ich das machen muss, um in den Himmel zu kommen. Nein, weil ich doch die Menschen liebe und ich möchte so viele wie möglich retten. Deshalb mache ich das ja auch, dass Leute, auch random Leute, das mitbekommen, dass Gott gut ist und dass wir ein ewiges Leben mit ihm im Himmel haben können. Ich könnte dir jetzt zum Beispiel sagen, und das ist jetzt nicht wirklich meine Meinung, aber du darfst Schweinefleisch essen, du darfst Kampfsport machen, du darfst weltliche Musik hören, du darfst aber kein Alkohol trinken, du darfst nicht feiern gehen. Aber erstens, wenn ich das jetzt aufzählen würde, würde ich die nächsten 100 Jahre hier stehen. Und zweitens, es wäre ja nur mein Verständnis. Und du müsstest dann vor Gott da stehen und sagen, hey, warum hast du kein Schweinefleisch gegessen, obwohl ich hier doch dieses schöne Braten für dich bereitet habe. Und du sagst, ja, weil Corey es gesagt hat. Ja, aber du bist selber dafür verantwortlich. Jeder muss selbst nachforschen und mit Gott eine Beziehung aufbauen, um wirklich zu erkennen, was Gottes Wille ist. Es gibt zwar Themen, die sind ein bisschen schwerer zu definieren, aber ich bin der Meinung, wenn du die Prinzipien wirklich verstanden hast, dann werden auch diese Themen klar. Thema Sex vor der Ehe, Thema christliche und unchristliche Freunde, worüber ich auch ein Video gemacht habe, weltliche Musik und Alkohol und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich würde niemals sagen, das und das und das und das ist verboten, sondern du selbst wirst herausfinden, hm, stimmt, ich sollte lieber aufhören, so viel Alkohol zu trinken, weil es führt mich dazu, zu sündigen. Und wieder, das ist ein einfaches Thema. Es gibt auch Themen, die ein bisschen komplexer sind. Aber ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen helfen können, diese Frage zu beantworten, euer Mindset ein bisschen zu verändern, in dem Punkt, dass ihr versteht. Es geht nicht mehr darum, stur Gesetze einzuhalten, wie in manchen Religionen, sondern es geht um eine lebendige Beziehung mit Gott und das Verständnis von gut und schlecht. Hinterlasst doch deine Frage unten in den Kommentaren und vielleicht bist du verantwortlich für das nächste Video. Aber ja, das war's. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Kor hier, ihr da, alles klar. Und wenn ihr jetzt immer noch die Frage habt, wieso soll ich überhaupt was tun, wenn mir alles schon vergeben wird, klickt doch auf das Video und dann werdet ihr die Antwort finden.